Ja, Horst Schlemmer, stellvertretender Chefredakteur vom Gräbenreicher Tagblatt, knallhart nachgefragt. Freunde, ihr wisst Bescheid, ich mache Führerschein. Ja, wollte ich schon mal gucken hier nach dem schönen Waren. Das ist hier der bekannteste Gebrauchtwarenhandel in ganz Gräbenreich. Das ist einmalige Schlitten, manche auch zu teuer. Ich meine, du musst dir sehen, wo du bleibst mit 3000 Wunder im Monat. Was ist das denn für eine Schleuder? Ja, nee. Also der Waren muss mich praktisch anstrengen. Ich muss den Waren quasi im Urin haben. Oh, ja. Also auf einer Skala von 1 bis 10 wären wir hier bei 6,5. Das könnte was sein. Hör mal. Ja. Hier, ich hätte Interesse. Ja, sicher, sicher. Komm mal hier, gucken. Oh, der ist schön. Hör mal, Horst Flemmer, Chefvertretender Chefredakteur von Gräbenreicher Tagblatt. An dem Waren hätte ich unter Umständen Interesse. Äh, Motorleistung, sag mal. 91 Sperr ist. Ja, unterbundenschutz. General überholt. Ja, unterbundenschutz, natürlich. Ich muss mich darauf verlassen, weißt du. Nein, natürlich nicht. 2.950 ist der Preis. Wie ist es mit Raten? Monatlich. Raten, nenn ich. Jährlich. Wir einigen uns. Pass auf, lass mich nur. Ich dreh eine Runde. Ja. Und dann sag ich dir Bescheid. Dann weißt du Bescheid. Ich möchte dir einmal über den Platz mit hinlegen. Tommy, hol mal. Ich schließe von dem Weg. Ja, lauf. Weißt du, dass ich einmal ein Gefühl kriege für den Waren. Weißt du? Ja, was ist das denn für ein Dödel? Ja, guck mal. Schau mal rein, ne? Oh, entschuldige, ich muss Telefon. Ja, ich spreche dir einfach mal über den Platz. Eine Runde, darf ich? Hey, schau mal rein, ich komme da gleich wieder. Ja, ich fahr einfach mal eine Runde. Das Fenster ist raus. Hör mal. Ja, müssen Sie einsetzen. Ja, ich weiß es nicht. Da muss man erstmal ein Gefühl kriegen dafür, ne? Mit der Scheibe muss man sehen. Ne, ich weiß es nicht. Ja, mal gucken hier. Ich sitze hier auch so ein bisschen komisch. Also so richtig ist das meins. Ich guck dazu. So. Ah! Ja, einfach mal eine Runde drehen. Und dann weiß man mehr. Wie war das? Was hat der Fahrlehrer gesagt? Rückwärts? Vorwärts? Nein. Oh ja, der brummt schön. Ja. Ah, der ist schön. Der ist schön am Brummen. Ja, und lenken, ne? Ich sehe gar nichts. Scheiße. Scheiße! Scheiße, was? Ich hab wieder reingedrungen. Schnell weg. Der hat ja nicht mal Airbag. Der hat ja nicht mal Airbag. Ich nehme doch hier kein Unfallwaren, die Wommchen. Unfallwaren, André. Hey, du jetzt! Ja! Ich nehme doch kein Unfallwaren, hör mal! Unfallwaren! Ach, du bist doch bestreuert! Das kann doch nicht sein! Scheiße! Ja! 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 Vielen Dank.